ARD Text im Auftrag von Funk Ja, wir haben zusammen gegessen. Er hat mir gerade von seinen Sorgen erzählt. Hat er welche? Ich würde Ja sagen. Ja, wir haben es mit einer Serie von Einbrüchen zu tun seit einem Vierteljahr. Ganz raffinierte Bande. Spezialisten im Ausschalten von Alarmanlagen. Die machen mir im Moment das Leben sauer. Können wir was für dich tun? Ja, ich habe Harry nach euren Vorleuten gefragt, dass die sich mal umhören. Das tue ich doch gerne. Sieh, das tut er doch gerne. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein. Wir haben es da mit eiskalten Leuten zu tun. Ja? Ja, der ist hier. Mathis, ein Gespräch für dich. Ist von außerhalb. Ja, stellen Sie durch. Ja, Mathis? Hallo, ja? Kann ich jemandem von Dezernat Einbruch sprechen, bitte? Ja? Was sagen Sie? Wer sind Sie? Ich will Ihnen nur einen Tipp geben, weiter nichts. Heute Nacht wird ein Einbruch stattfinden. Was wird stattfinden? Ein Einbruch? Ja, Sie haben ganz richtig verstanden. Ein Einbruch. Heute Nacht gegen 10 Uhr bei der... Reden Sie doch weiter. Hallo. Hallo. Was war das? Später von Glas, ein Aufschreien, nichts erlaubt und dann stöhnen. Hallo? Ist die Verbindung noch da? Kein Wort von Kriminalpolizei. Gib mal her, komm her. Lass den Teilnehmer feststellen. Hallo? Wer spricht den Gast? Was ist da los bei Ihnen? Aufgelegt. Warum haben wir uns denn nicht als Polizei gemeldet? Jemand wollte uns einen Tipp geben, irgendwer wollte ihn daran hindern. Warum soll er erfahren, dass es ihm gelungen ist? Beinahe. Da ist gerade eine Meldung durchgekommen. Mord auf der Straße. Ein Mann ist in einer Telefonsäle erschossen worden. Wo? In der Streitmeierstraße. Gegenüber einem kleinen Lokal. Heißt die Kochstube. Kochstube. Die Kneipe kenne ich. Herr Inspektor, also Schüsse, Schüsse habe ich überhaupt nicht gehört. Ich kam nur hier vorbei. Da geht die Tür auf und der Mann fällt heraus. Ich denke, der ist betrunken, aber da sehe ich, dass der ganz blutbefleckt war. Hilfe! 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 Kommen Sie doch her, helfen Sie mir doch! Oh, da schauen Sie! Schauen Sie! Ja? Oh, diese Bande! Diese Verbrecher, diese Lumpen! Die haben mich am helllichten Tag haben, die mich gefasst. Zu dritt sind sie gekommen und haben mir den Mund zugehalten. Hier, in dieses Zimmer haben sie mich verschleppt. Sie sind doch sicher Frau Gabler natürlich. Und wer sind Sie? Kriminalpolizei. Sagen Sie, der Christoph Haller wohnt doch bei Ihnen. Das ist mein Untermieter. Kommen Sie wegen dem? Ja, das Zimmer sieht ziemlich wüst aus. Das kann man wohl sagen. Was waren denn das für Leute? Ich habe Sie nie vorher in meinem Leben gesehen. Frau Gabler, können Sie die beschreiben? Ach, das ist doch alles so schnell gegangen. Ist irgendetwas gesprochen worden? Nicht ein einziges Wort. Aber ich habe gehört, wie Sie in dieses Zimmer gegangen sind. Schauen Sie es sich mal an. Ja, mein Gott. Ja, wie kann man ein Zimmer denn so zurichten? Die haben ja gehaust wie die Vandalen. Das sind doch meine Möbel. Das ist mein Schrank. Kommt das alles in die Zeitung, Herr Kriminalrat? Ja, wo ist denn übrigens dieser Haller? Den kündige ich auf der Stelle. Bis zum nächsten Ersten muss der hier sofort raus. Das ist nicht nötig. Er ist tot. Erschossen worden. Erschossen? Ja, in einer Telefonzelle. Vorher hat er noch in einem Lokal gesessen, in der Kochstube, in der Streitmaierstraße. Kennen Sie es? Nein, das Lokal kenne ich nicht. Ja, was wissen Sie denn über Ihren Untermieter? Was machte er, was arbeitete er? Buchdrucker war er. Ich weiß sehr wenig über ihn. Nachteiliges kann ich wirklich nicht von ihm sagen. Gab es Leute, die ihn besuchten? Nein, er hat niemals Besuch gehabt. Doch, doch, ein junges Mädchen war manchmal hier. Ah ja? Kennen Sie den Namen? Ja, Moment mal. Lunaros! Mach auf. Du bleibst sitzen hier am Tisch und rührst dich nicht. Und du sagst nichts. Nichts, was ich dir nicht zu sagen erlaube. Hast du verstanden? Sie sind Oberinspektor Derek. Oder sind Sie inzwischen befördert worden? Ah, ja. Gross. Wir haben mal zu tun miteinander. Das ist ein paar Jahre her. Ah, ja. Ich erinnere mich, ja. Wie viel haben Sie damals gekriegt? Acht Jahre. Sie sind drum. Na, der Frau. Guten Tag. Und deine Tochter. Guten Tag. Nein. Deswegen sind Sie hier. Wollen mit Ihrer Tochter sprechen. Wieso, hat sie was angestellt? Nein, nein, nein. Wir wollen sich nur fragen, ob sie Christoph Haller kennt. Ja, den Namen hat sie, glaube ich, mal erwähnt. Das ist doch was für ein Freund von ihr. Wieso, was ist mit ihm? Er ist tot. Auf der Straße erschossen worden. Auf der Straße erschossen? In einer Telefonzelle. Wollte gerade telefonieren. Wir vermuten, dass er aus einem fahrenden Auto heraus erschossen wurde. Was ist denn aus dem Wagen heraus? Auf offener Straße? Ja, ja, ja. Dinge gibt's. Es gibt Dinge, Sie. Aber vielleicht, äh, war es nicht mal geplant. Vielleicht wollte man ihn nur daran hindern, zu telefonieren. Das ist Ihre Vermutung. Vermutung, ja. Ja, ja, kann man sagen. Was wollen Sie von uns? Schauen Sie, Ihre Tochter war mit Haller befreundet. Sie kann uns helfen. Wieder. Na nun, die Männer, die Haller erschossen haben. Er hat sie doch sicher gekannt, nicht? Vielleicht kennt Ihre Tochter Männer, die für eine solche Tat in Frage kommen. Antworte gefälligst. Und wenn du Nein sagen musst, dann sagst schnell, ehe die Polizei ihre Fantasien Gang setzt. Ich, ich, ich weiß nichts. Ich kenne niemanden. Also. Wollen Sie sonst noch fragen? Nein, nein, es war die Wichtigste. Der Tod von Haller geht dir sehr nahe raus. Man hat jemanden gekannt, der plötzlich tot ist. Ich habe keine Ahnung, wer dem Jungen das Ding verpasst hat. Mach ihr das klar! Ich erwarte, dass du ihr das klar machst! Und stell dich nicht so an! Seit wann gibt es diese Einbrüche? Seit einem Vierteljahr, seit vier Monaten etwa. Was für Objekte? Supermärkte, Juweliere, Großhandlungen, alles große Sachen. Und es gibt Anhaltspunkte dafür, dass es sich immer um dieselbe Bande handelt. Sicher. Es wurden jedes Mal die Alarmanlagen aus der Kraft gesetzt. Sie kennen sich gut aus damit. Sehr gut aus. Mit jeder Art davon. Wir haben Experten befragt, die alle nur den Kopf schütteln. Man könnte fast annehmen, dass sie die Schaltpläne hätten. Alles über Ross. Ross? Albert Ross? Ja. Ist er wieder raus? Ich erinnere mich genau an den. Ein unglaublicher Bursche. Ja, so einer wie der könnte hinter der Sache stecken. Hat der mal was mit Alarmanlagen zu tun gehabt? Nicht, dass ich wüsste. Sein Merkmal war Brutalität. Soweit ich mich erinnere, hatte der Kerl nicht das geringste Gewissen. Der weiß nicht mal, was das ist. Bleibst du heute Nacht hier? Ich muss ja warten. Auf den angekündigten Einbruch. Aber eins freut mich, dass es jetzt auch euer Fall ist. Ja, das ist er. Hinzu kommt, dass ich den Mann kenne. Eine Totschlagsache, die ich ihm damals nicht beweisen konnte. Die Akte Ross. Das ist alles, was ich auftragen konnte. Eins habe ich nie vergessen. Ross ist verdammt intelligent und gerissen. Jedenfalls habe ich ihn damals nicht überführen können. Ja, aber wenn Ross mit der Sache zu tun hat, warum beschatten wir ihn da nicht? Warum jetzt nicht, wo wir wissen, dass ein Einbruch stattfinden wird? Wenn es wirklich Ross ist, der mit der Sache zu tun hat, dann wird er genau darauf warten. Ja, Klein? Dann stellen Sie es rauf. Ja? Schalt ein. Kriminalpolizeiinspektor Klein. Heute Nacht wird ein Einbruch stattfinden. Wo soll der Einbruch stattfinden? In Tropauer Ried, Nummer 12. Ja, Haller, wer ist denn da? Ja, sagen Sie doch Ihren Namen. Wer sind Sie? Eingehängt. Also, los. Hier, Matthes. Einsatzwagen Tropauer Ried, 12. Sag mal, was sagte die Frauenstimme? Ja, du hast doch gehört, was sie gesagt hat. Ja, sie sagte, wird stattfinden. Das ist keine Anzeige, keine Beobachtung. Das ist nicht irgendein Nachbar, der da anruft. In fast den gleichen Worte wie die von Haller. Ja, nur, dass der anruf diesmal von der Frau kam, nicht? Bist du auch der Meinung, dass es voraus ist? Ja. Leider zu spät. Ja. Du, die haben ein Bart genommen. Wieso? Ist doch noch da. Kicher, die gleiche Bahn, ey. Was machen wir, Stefan? Wir? Hm? Also, ich, ich fahre jetzt nach Hause und leg mich ins Bett. Und du? Wir schwitzen weiter. Aha. Ja, wieso fahren wir nicht so raus? Vielleicht sind doch gar nicht zu Hause. Hat noch nasse Haare, meinst du, hm? Da raus? Hm. Nein, 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 nein. Also, vergiss nicht, wir wissen etwas. Wir wissen, dass seine Frau uns einen Tipp geben wollte. Sie wollte, dass wir ihn schnappen, genauso wie es Haller wollte. Herr Ross, der darf gar nicht auf den Gedanken kommen, dass ihn irgendjemand verpfiffen hat. Oh, das tun wir. Einverstanden? Hm. Dann bin ich immer froh. Wo ist denn Ihr Mann, Frau Ross? Der ist zu Hause. Der schläft. Hätten Sie eine halbe Stunde Zeit? Bitte. Ja, aber wieso denn? Was wollen Sie denn von mir? Guten Tag, Frau Ross. Es tut mir leid, dass wir Sie in Ihrer Mittagspause stören müssen. Äh, darf ich Ihnen das da abnehmen, ja? Ging alles glatt? Mhm. Wer schläft? Ist Ihre Tochter zu Hause? Ja, sie ist zu Hause. Was denn jetzt? Bin ich verhaftet? Aber nein, 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 nein. Ich möchte nicht, nein, 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 nein. Ich möchte nur ein bisschen mit Ihnen reden. Das ist alles. Sie brauchen keine Angst zu haben. Wir gehen Ihnen über. Du bringst uns mal einen Kaffee oder Mineralwasser. Kommen Sie. Wir sind da ungestört. Sie haben uns in der vergangenen Nacht angerufen. Ich hab niemanden angerufen. Ich hab niemanden angerufen. Hange, ruf mich. Jetzt war ich nicht. Christoph Haller war mit Ihrer Tochter befreundet. Sie sind also der Freund von meiner Tochter. Haller heißen Sie. Ja, Herr Ross. Haben Sie ein Verhältnis mit ihr? Misch dich nicht ein. Was ist denn das überhaupt für ein Kerl? Was machen Sie? Er ist Buchdrucker. Buchdrucker? Ja. Was denn, Sie machen Bücher? Ja, ich arbeite in einem Buchdruckerheil. Wir machen Verschiedenes. So ein Typ wie dich kenne ich. Mit so einem habe ich gerade zwei Monate auf einer Zelle gelegen. Kein Saft, keine Kraft. Schleißen sich dauernd in die Hosen vor Angst. Wovor haben Sie denn Angst? Dass Sie einen Rufwarte. Du hast doch keine Ahnung. Von überhaupt nichts. Und das werde ich dir beweisen. Na, was macht dein Freund? Steht da wie angewurzelt. Nicht die Hand hebt da. Hast du ja gesehen. Weil er sich in die Hosen scheißt. Buchdrucker. Menschenskind. Was verdienst du denn? Betrachten wir die Sache mal von der Seite. Er ist noch in der Ausbildung. Halt die Klappe. Kann doch nicht selber das Maul aufmachen. Was ist mit dir? Dass da keine Missverständnisse entstehen, mein Lieber. Hier geschieht, was ich will. Das heißt, dass du das auch noch zum Schleißen. Deine Mutter hat das längst begreifen. Mein Mann war nicht. Der wollte das nicht. Der sah das nicht gerne. Lohne war ihm zu schade dafür. Und dann hat er gesagt, so wie du aussiehst, da kannst du doch jeden kriegen. Jeden? Nicht so einen mickrigen Buchdrucker. Hast du verschanden, muss ich sagen? Ja, Herr Rost. Du bist doch nicht appraktiv. Wer bist du denn? Was hast du denn? Hör mal zu. Ich finde, du musst auf dem Teppich bleiben. Das beste Stück Fleisch liegt immer der, der es sich leisten kann. Du kannst mir ja auch nichts leisten. Vater. Halt den Mund. Ich weiß, was ich sage. Mit dem Titten und mit dem Hintern kannst du bei jedem Millionär einsteigen. Stattdessen bringst du mir so einen blassen Idioten ins Haus. Wie viel Geld hast du in der Tasche? Na los, zeig mal! Geld? Ja, im Augenblick ... Ich will es sehen. Es ist kurz vorm Ersten. Wie viel es ist, will ich wissen. Die 23 Mark, ja. Und die Pfennige? Die 56 Pfennig. Da kannst du übers Sprünge mitmachen. Großartig! Lass ihn doch, Vater. Hast du doch gesehen, wo du mit deiner Art hinkommst? Ich hör wohl nicht richtig. Entschuldige, Vater. Bitte entschuldige. Wo ich hinkomme? Wohin bin ich denn gekommen? Sage doch entschuldige. Du wirst mir das Gefängnis vorhaben. Nein, Vater. Wirklich nicht. Bestimmt nicht. Ich werf dir gar nichts vor. Glaub mir. Es hat sich aber so angehört. Angehört hat er sich so. Der muss bitte nicht schlagen. Na, na. Plötzlich so viel Mut. Schlagen Sie mich, aber nicht Ihre Tochter! Sie versuchen ja wenigstens kein Waschlappen zu sein. Vielleicht ist noch nicht alles verloren. Vielleicht kann man noch was mit Ihnen anfangen. Gehen wir einen trinken? Vielleicht müssen wir uns nur besser kennenlernen. Vater? Sind Sie zusammen trinken gegangen? Ja. Ne. Christoph Haller wollte ihm wohl zeigen, dass er sich nicht fürchtet vor ihm. Oder dass er ihn vielleicht doch ganz nett findet. Oder sowas. Seinen guten Willen ihm. Und da ist er eben mitgegangen. Herr Haller? Herr Haller! Was machen Sie denn hier? Was ist denn? Aus? Warum? Wie bin ich denn? Wie? Hat mein Mann Sie mit nach Hause gebracht? Ja. Oh, mein Kopf. Hat er Sie betrunken gemacht? Ich habe einen Einbruch mitgemacht. Ja. Guten Morgen. Alle zusammen. Na so, ganz richtig wach. Bist du wohl noch nicht, Buchbrocker? Hm? Was hast du denn mit ihm gemacht? Ich? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Alles, was er gemacht hat, hat er selber gemacht. Aus eigenem Anteil. Er hat einem Problem abgeholfen. Diesem da. Er war überhaupt nicht zu bremsen. Ich muss sagen, ich habe ihn verkannt. Ein richtiger Draufgänger, wenn er ein bisschen was getrunken hat. Was mit dem Kaffee? Er hat ihn mitgenommen. Ja. Bei dem armen Jungen, da muss wohl da oben was ausgesetzt haben. Er war ganz verzweifelt, war er ratlos und hilflos. Sie sind sich über die Bedeutung Ihrer Aussage im Klaren. Was denn für eine Bedeutung? Was soll denn das für eine Bedeutung haben? Christoph Haller ist tot. Der kann nichts mehr sagen. Der kann nichts mehr sagen. Der ist tot. Und mein Mann, der wird sagen, das ist alles gelogen. Das sind Hirngespinste. Der wird alles ableugnen. Aber heute Nacht, Ropauer Ried, das haben Sie gewusst. Ja. Sie haben uns angerufen. Ja, von Christoph Haller habe ich es gewusst. Der sollte doch wieder mitmachen. Wir haben alles besprochen. Und dann habe ich gedacht, jetzt lass ihn doch in die Falle laufen. Dann sind wir endlich los. Was? Ich hätte auf meine Eltern hören sollen. Ich hätte ihn einfach nicht heiraten dürfen. So eine fabelhafte Zeugen Aussage. Nein, 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 nein. Das ist sie nicht. Frau Ross, wir haben Ihren Anruf auf Tonband genommen. Und wir können nachweisen. Naja, wir können technisch, wissenschaftlich nachweisen, dass Sie sich um Ihre Stimme handeln. Na, ich werde alles ableugnen. Ich weiß nichts. Ich weiß gar nichts. Er hat mir nie was gesagt. Er hat mich nie eingeweiht. Das einzige, was ich weiß, ist, dass er sich vorher in meine Patience legt. Das Aberglauben. Ich unterschreibe nichts. Gar nichts. Gar nichts. Entschuldige, ich fahr zu der Lahnfirma raus. Kommt einer von euch mit? Fährst du bitte. Ja, ich fahr mit. Eine klare Frage, kann es möglich sein, dass die Schallpläne, die Sie aufbewahren, ich meine, die haben Sie ja irgendwo in der Schublade im Schreibtisch oder so. Kommt da jemand ran? Ganz ausgeschlossen. Brief und Siegel gebe ich Ihnen. Ganz unmöglich. Wie kommt es aber dann, dass bei allen Einbrüchen Alarmanlagen außer Kraft gesetzt wurden, die bei Ihrer Firma gebaut wurden? Ja, das ist etwas, was ich nicht erklären kann. Und der Mann, der die Anlage gebaut hat, können Sie für Ihre Mitarbeiter die Hand ins Feuer legen? Die Anlage von Dr. Schliemann ist gebaut worden von unserem Herrn Fleischmann. Der kann gar nicht in Frage kommen, weil der ist gar nicht mehr bei uns. Wieso ist er nicht mehr bei Ihnen? Er ist entlassen. Er hat einen Verkehrsunfall verursacht und einen Menschen überfahren. Er ist für ein Jahr ins Gefängnis gegangen. Da kann er ja nichts anrichten. Kann ich mal telefonieren? Ja? Ich weiß nicht, worüber du so intensiv nachdenkst, aber bist du für deinen Mitarbeiter Harry Klein zu sprechen? So? Ja? Bitte. Harry? Herrgott, es ist ja, wo bist du? Ich komme sofort. Na? Ross ist es. Der Einbrecher und der Mörder. Aber es wird ihm nicht nachzuweisen sein. Bis jetzt nicht. Ross war doch mit ihm in einer Zelle. Mit dem Mann, der die Alarmanlagen gebaut hat. Von dem hat er doch alles. Ja, bitte. Herr Fleischmann. Danke. Guten Tag, Herr Fleischmann. Kommen Sie mal ein bisschen näher. Na? Was haben Sie denn Ihrem Zellengenossen, dem Herrn Ross, da so alles erzählt? Wieso? Was hat er denn gemacht? Er hat die Tipps, die Sie ihm gegeben haben, ausgenutzt. Er ist eingebrochen. Er kannte ja die ganzen Alarmsysteme. Wusste, wie sie funktionierten, wo sie eingebaut waren. Das haben Sie ihm ja alles beigebracht. Wohin überweist er Ihnen denn Ihren Anteil? Da ist nämlich eine ganze Menge zusammengekommen. Ich habe nichts damit zu tun. Ich will Ihnen sagen, wie das geschehen ist. Hey, komm zu dir. Was haben Sie dir getan, hm? Alles in Ordnung? Danke, alles in Ordnung. Was ist denn hier los? Das war eine Meinungsverschiedenheit, Chef. Die Sache ist schon vorbei. Ist alles in Ordnung. Könnt ihr keine Ruhe geben in der Freistunde? Er hat sich nichts getan. Er hat nur einen Schreck gekriegt. Alles in Ordnung, Chef. Dann schicke ich euch auch rein. Okay, Chef. Alles klar. Schon in Ordnung. Wie geht's dir, hm? Danke. Gut. Hier kommt keiner mehr was. Man kann sich doch verlassen. Du bist doch Fleischmann, nicht? Ja. Ross. Mein Name ist Albert Ross. Du hast doch schon von mir gehört. Nein. Na ja, du bist neu hier. Wie viel musst du abmachen? Und warum? Ein Jahr. Hab jemand überfahren. Ja, das hat sich rumgesprochen. Du warst besoffen. Mhm. Das ist doch nicht schlimm. Ein Jahr. Das ist doch gar nichts. Das machst du doch mit links. Du warst acht Jahre hier. Acht Jahre? Ja. Bis zwei Monaten sind sie rum. Pass mal auf. Du hast ein Recht drauf. Du sagst, du hast mit mir gesprochen. Du willst zu mir in die Zelle. Die tun das. Sie haben eine gute Nummer beim Direktor. Okay. Ich hab mich in seine Zelle liegen lassen. Ross freute sich. Er hätte nur auf mich gewartet. Dann hat er mich gefragt, wo ich gearbeitet habe. Ich war ganz froh. Ich hab mir nichts dabei gedacht. Ich war froh, dass ich endlich mit jemandem über meinen Job sprechen konnte. In diesem stumpfseligen Knapp. Ist dir nicht klar geworden, dass die Betriebsgeheimnisse ausgeplaudert haben? Mal Grinder ausgedrückt. Noch dazu einem Berufsverbrecher gegenüber? Doch, das ist mir jetzt klar. Ich war der Einzige, der nett zu mir war. Der Einzige, der mit mir gesprochen hat. Verstehen Sie das nicht, der Oberinspektor? Ja, das verstehe ich nicht. Wir haben gewonnen, Stefan. Die Beweise sind doch erdrückend. Ross ein Gewohnheitsverbrecher, notorischer Einbrecher, lässt sich in eine Zelle legen, mit einem Mann, dessen Beruf es ist, Alarmanlagen zu bauen. Er zwingt diesen Mann, im Details verschiedene Anlagen zu erklären. Weiter? Er hat's ihm erklärt. Genau beschrieben, die Sicherung von verschiedenen Objekten. Der Fleischmann hat ja alles aufgeschrieben. Es sind zehn. Und bei vier davon haben in jüngster Vergangenheit Einbrühe stattgefunden. Also, wenn das nicht eindeutig ist. Für dich? Ja, für dich nicht. Ja, natürlich, auch für mich. Aber das Gericht braucht Beweise und keine Schlussfolgerungen. Und wenn sie noch so logisch sind. Harry, Ross würde doch sagen, natürlich habe ich Fleischmann ausgequetscht. Das interessierte mich doch. Aber die Einbrüche habe ich doch nicht begangen. Und dann liefert er dir fabelhafte Alibis. Und seine Frau, die bei uns anruft? Ihre Geschichten über Haller? Er kann sich jederzeit widerrufen, wird sie auch tun. Weil sie Angst hat. Die Firma, die die Anlagen gebaut hat, baut bei den restlichen sechs Firmen die Alarmanlagen so um, dass bei einem Einbruch automatisch das nächste Polizeirevier alarmiert wird. Und die verständigen uns. Das finde ich stark. Ja, und was mir an der ganzen Sache nicht gefällt, dann haben wir Ross den Einbrecher. Ich will den Mörder. Albert, du bist der Größte. Aber hast du das gelernt? Dürft ihr in Landsberg auch Billiards spielen? Schon meiner Zeit nicht. Gibt's nur in der Runde aus, ne? Ja! Eine Runde für... Können Sie sich das leisten? Guten Tag, Herr Oberinspektor. Ein Bier und einen Schnaps für meine Freunde. Ich kann... Seit wann sind Sie raus? Seit vier Monaten. Arbeiten Sie was? So viele Leute einzuladen. Ich habe Rücklagen. Aus Ihren Einbrüchen? Sie haben doch noch nie richtig gearbeitet. Also, was wollen Sie eigentlich von mir? Weswegen sind Sie überhaupt hier? Hören Sie endlich auf damit! Nervös? Ich habe Ihnen noch mal die Stelle angesehen, wo man Ihren Freund Haller erschossen hat. Aber nicht mein Freund! Schon in Ordnung. Ich will Ihnen ja gar nicht aufschwarzen. Vielleicht wollen Sie ein bisschen Billiards spielen. Um den Trink für alle. Sehen Sie? Das kann ich mir nicht leisten. Und Sie arbeiten! Das stimmt doch einfach nicht! Wollen Sie mal probieren? Wenn man mal Platz macht... Ich habe nicht so viel Übung. Nicht so viel wie Sie. Wie groß müssten die Löcher denn sein, Herr Oberinspektor? War ja nur eine Frage. Was sagt die Firma? Einverstanden. Obwohl die Leute zuerst Schwierigkeiten machten, wegen der Kosten. Aber Sie bauen bei den sechs Objekten, die wir Ihnen genannt haben, die Anlage um. Und dann... hoffentlich bricht er ein. Ja, hoffentlich. Er hat pausenlose Verhöre erwartet. Und wir lassen ihn in Ruhe. Hoffentlich wird er nicht misstrauisch. Meinst du denn? Ich höre euch quasseln, aber wenn ich reinkomme, dann hört es plötzlich auf. Und ich frage euch warum. Warum? Warum? Es gibt keinen besonderen Grund. Hat die Polizei immer angerufen? Nein. Oder waren die hier? Nein, es war niemand hier. Ich mach mal um. Warum soll ich mich denn umdrehen? Es hat also niemand mit dir gesprochen? Nein, mit mir hat niemand gesprochen. Und mit dir auch nicht? Nein! Wie sagst du denn nein? Ja, wie sag ich denn nein? Hör mal, ich geb dir einen guten Rat. Gewinne dir den Ton ab, ja? Entschuldige, Vater. Ja, Derrick? Frau Ross, Ihr Mann legt gerade eine Patience. Sind alle Wagen in Bereitschaft? Ja, wir haben zehn Wagen an allen wichtigen Punkten der Stadt. Von wo auch immer der Alarm kommt, wir sind in wenigen Minuten da. Aber wo ist Derrick? Was wollen Sie denn? Sagen Sie mal, Sie können mich wohl überhaupt nicht ausstehen lassen. Worum geht's? Nichts besonderes. Dienst los, Feierabend, wollt was trinken gehen, möchte Sie gern einladen. Einladen? Ja. Wozu? Na, weiß ich, was Sie trinken? Sie wollen mich zum Trinken einladen. Ja. Wenn Sie wollen. Und wenn Sie Zeit haben. Dann müssen Sie aber lange überlegen. Ja, das empfiehlt sich. Warum eigentlich nicht? Können Sie mich einladen? Mhm. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Okay. Ich zieh mir nur was anderes ein. Sagen Sie mal, müssen Sie immer hinter mir herlaufen. Oh, nein. Entschuldigen Sie bitte. Es ist wirklich eine dumme Angewohnheit. Ja, Brenn die! Mein Schatz! Was gibt's denn Neues? Wie, netten Witzgeherr. Komm, komm. Lassen Sie sich nicht stören, ich nehme Tonic, ja? Wo kann man denn hier telefonieren? Jetzt ist der Apparat. Objekt 17, Spedition Hellmann. Zentrale, hier Revier 12. Wir haben Alarm für Objekt 17. Hier Revier 12, Alarm Objekt 17. Ja, ist gut. Wir kommen sofort. Alarm auf Revier 12, Objekt 17. Spedition Hellmann, los! Sehr gesprächig sind Sie nicht gerade, Derrick. Wir haben doch irgendwas vor. Wollen Sie noch einen Tonic-Water? Ja. Ich will noch einen Tonic-Water. Wollen die? Sie können mich nicht reinlegen, falls Sie das vorhaben. So, kann ich nicht. Aber ich hab's vor. Hände hoch, Polizei! Komm, stehen bleiben! Ah! Komm, ich schießen! Alles in Ordnung. Was ist denn los hier? Freunde, ich möchte zahlen. So, die Patience ist aufgegangen. Sie sind festgenommen. Hier ist der Haftbefehl. Wieso ist Host nicht dabei gewesen? Jetzt haben wir seine Leute und den Anführer haben wir nicht. Warum tust du das? Ich will den Mörder. Die nötigen Beweise bekomme ich nicht von ihm selbst, sondern von seinen Leuten. Und die will ich allein. Wo sind Sie? Hast du Ihren Namen, Ihre Adressen? Ja, haben wir alles. Sind Sie einschlägig bekannt? Fast alle. Wer nicht? Weber. Wer ist Weber? Na? Jetzt ist wohl nichts mehr mitbejahrt. Haben Sie Familie, Frau, Kinder? Ja, zwei Kinder. Wie alt? Zwei und vier. Schade, Sie werden sie nicht mehr aufwachsen sehen. Wahrscheinlich werden Sie sie nie mehr sehen. Nie mehr? Na, wenn Sie lebenslang bekommen? Dann machen Sie mal einen Punkt, Herr Oberinspektor. Ja, ja. Lebenslänglich. Für einen Einbruch. Einbruch? Ja, wir sprechen hier von Einbruch. Sprechen doch nicht von Einbruch. Sprechen doch von Mord. Von Mord an Christoph Haller wegen Mordzeitiger. Einbruch. Lieber Himmel, das ist eine ganz andere Abteilung. Interessiert mich gar nicht. Aber wir haben doch nichts mit Mord zu tun. Wie war doch der Name? Wie sagten Sie? Wollen Sie sagen, Sie kennen Haller nicht? Nein. Hab doch einen riesen Spaß mit ihm gehabt, wie er da betrunken auf dem Begertest stand. Na, keine Erinnerung mehr? Auch nicht daran, dass Sie den Betrunken mitgenommen haben auf einen Bruch? Euren Freund, Komplizenhelfer, der sich das Geld, das er ihm da in die Taschen gestopft hat, redlich verdient hat? Die Sache hat nur einen Haken. Er ist nicht freiwillig mitgegangen. Er wollte raus aus der Sache. Der lief zum Telefon, um uns anzurufen. Er hat uns angerufen. Herr Klein. Ja, Sie haben ganz richtig verstanden. Ein Einbruch. Heute Nacht gegen 10 Uhr bei der... Wo? Reden Sie doch weiter. Reden Sie doch weiter. Na, haben Sie die Stimme erkannt? Wollen Sie weiterleugnen, diesen Mann zu kennen? Das können Sie nicht. Sie haben Haie erschossen, weil Sie fürchten, er würde Sie verraten, was er auch getan hat. Wann wollen Sie Ihre Frau wiedersehen? Sie haben keine Chance. Nicht die Geringste. Also, wer hat geschossen? Drei Schüsse. Drei Männer. Wer verdient? Jeder verdient? Sie haben zwei Minuten. Ich krieg Sie schon noch weich. Ja, wir haben alle Karten ausgespielt. Ich hab noch einen im Ärmel. Harry, wir haben einen Mord aufzuklären. Warum fragen Sie eigentlich nicht, wo Ross geblieben ist? Sie warten doch die ganze Zeit darauf, dass der Name fällt. Warum fällt er nicht? Haben Sie mal darüber nachgedacht? Warum ist er hier? Was meinen Sie? Um eine Zeugenaussage zu machen. Er weiß, wer der Mörder ist. Warum hat er Sie heute Nacht den Bruch allein machen lassen? Wie kommt es, dass er ausgerechnet heute Nacht nicht dabei war? Haben Sie Haller umgebracht? Wollen Sie nicht sagen, wie es war? Haller war in der Kneipe vom Koch. Plötzlich stand er auf. Und sagte... Hat er nicht gesagt, wann er kommt? Nein. Aber du sollst hier warten. Ich warte ja schon eine Stunde. Ich warte draußen auf ihn. Ross ist der Einbrecher und der Mörder. Na, also dann. Danke.